Hallo Leute! Jetzt mal eine Ausführung von Thomas Karola Wenn ihr's kennt, support! Wenn ihr's nicht kennt, Shut up! Also, ein Roman! Wenn's sein muss! Ey, yeah! Ey, yeah! Die Nacht ist jung und ich will was erleben Voll auf der Püste, denn ich muss mich bewegen Ich bin eine Top-Raus-Routine Wenn mich auf die Wege und ich fühle mich über Verlacht und ich tick' aus Die Lieder und ich bin verrückt, als ich hier näher komm' Bin willkommen zu mir verraten, wo du her kommst und sie lächelt mich nur an, denn sie will nur spielen Die Glorier sind zu Monster, Mari wir sind zu Monster, Dick und ihr Monster, Huhu, Huhu, die Füße ist ein Monster! Monster! Sie macht mir Angst, doch ich weiß, wie geht sie, sie ist ein Monster! Monster! Sie macht mir Angst, doch ich weiß, was ich bin, wie wichtig sie ist ein Monster! Ich fülle ihr Schampus Ich fülle ihr Schampus klar, noch mal nach, sie guckt mich an uns nach! Und weil ich sie der geilte Junge ist, aber doch ist sie mit mir hin, denn sie steht noch mit mir Wie geht sie? Monster! Mari wir sind Monster! Und wir sind Monster! Und wir sind Monster! Und wir sind die Lieder, die Lieder, die Lieder, sie macht mir Angst, doch ich weiß, wie wichtig sie ist ein Monster! Monster! Sie macht mir Angst, doch ich weiß, was ich bin, dies gefällt, doch ich komm nicht von mir los! Eine Suche nach mir, die Zeit macht dir zu wohl! Ooooooooooh! Ja, die Monster Party mit mir! Monster Bo-Ooooooo! Und wir haben Monster Bo-Do ja wie den Kipp du bist dein Monster! Monster! Macht mir Angst, doch ich weiß, was ich will! Leute, bitte gefällt mir trinken, ich werde so jede Woche mal ein Video machen, über Hacks, über Tanzen, über andere Dinge, könnt ihr mir schreiben, zum Beispiel was, in Kommentars, also, ich mach, wenn ihr Counter Strike, Crossfire, Counter Strike, solche Spieler mit Bam Bam, was, da könnt ihr was sagen, ich suche ein Hack, mach eins, Overkill, Speed Hack, Book Hack, Morello, weiß ich nicht, ich hab viele Hacks, ok, vielen Dank, ciao!